Jetzt geht's auf. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich parallel mit ihm... Alter liegt auf der Leiche. Bin gespannt, ob die Leichen gleich weg ist. Wem, Alter, die ist weg. Oh, du hast gleich ein Nest. Jetzt können wir uns ja gerne mal drum kümmern. Ach, du hast eine Fragezeichen. Kümmer du dir ums Fragezeichen. Nimm einen direkten Weg. Edgy bitch. Oh, da hinten ist gleich ein Aushang. Zauber. Bitte, war aber schnell weg. Ja, danke G4, danke. Du Arschkrampen, du. Ist das das Mädchen? Ja. Nein, Frauen kämpfen. Schmeiß mir direkt die Granaten unter die Füße. Geht's mir gut, Mann. Geht's mir gut, Mann. Geht's mir gut, Mann. Du denkst, wenn ich wusste nicht, wuchste mir. Ja, ja. Geht's mir gut, Mann. Geht's mir gut, Mann. Geht's mir gut, Mann. So, Jungs, da bin ich. Schmeißt du, ich schmeißt da Granaten ins Loch. Ja, hab ich schon gemacht. Geht's mir gut. Ne, morgen grad tun Granaten und so. Und Frau. Ehrlich. Geht's mir gut. Zauber. Zauber. Da hat meine Eier geglingelt. Jetzt, glaub ich. Hallym, Hallym, der Eiermann. Hätt mal einen Eierbecher aufgesetzt. was soll denn die? was soll denn die los sind? ja die hat doch diese laser kanone ah mhm mhm die hat die starkkreuz ja gut mit der munition drum munition sehr gut wenn man so muss oder noch mal um die hauptmission wenn man schon ein niedriger zu viert da können wir dann den försender weg machen da unten ist ein nest ein kleines da können wir nicht mehr her weißt schon da muss man da sein oh das ist die kanone da ist die dicke kanone da links hinterm berg kommen 50 ep damit wir können um die statik fällt sehr unbrachlich jetzt naja naja paket wird abgelegt ich schalte einmal ein dann können wir es gleich munitionieren drei hände drin ich habe vier eine noch dass wir die statik dem nimmer da liegt nichts mehr jetzt sehe ich nichts ich habe das paket das ist ja die erste die verschießen wir dann gleich naja ist das nest noch nicht fertig warte da ist noch eine schaffe munition da ist eine schaffe munition da ist eine schaffe munition ich habe es auch nicht gesehen die die trefft die 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 ist der die 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 der laser brusselt mich vielleicht kann ich jetzt die andere noch munition kann man nicht nur munitionen das ist ja fies nördlich weit weg in die richtung der ist schon kurz davor wir schauen was er schafft entweder mit dem mann derzeit oder mit dem mann nach links zu dem großen ist wir rennen wir in die richtung und können wir links abgehen abitallasers klär wieder da ja mann ich hab meinen auch noch wenn es war also wenn so käfer käme wie die skelett was rechnen rutsch waren ja da stehen aber als wenn der kommt oder was der recht steht dann brauchst du mal zeit das skelett mann er geht da um ganz schön ab warum hat sich ein pakt von den buch bruch also der mädchen stimme die vier das gruppe beschäftigt hat die ist natürlich wieder dazu die vielleicht ist ein lud geld ja aber die verlieren ja kein lud wenn die käfer lood verlieren würde dann würde jeder einzelne sterben das an dem ort ach so jetzt hat sie was zu rissen da ist ein nest oh da ist er oh gott dann drei 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 was hier ist schon orbital laser ja 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 hützl brützl da ist er in einem nest jammern weg damit scheiße dann ich hab mir da hin und nicht ein verbrützelt also ich mich meistens ein paar proben um einander fliegen eins du hast bloß eine diesmal ja keine große beute aber wenigstens das pischern ist weg das ist schon mal gut da oben läuft nämlich auch noch einer vor dir ich sehe es schon gut dass die nicht so gut getan sind wenn man es gar nicht sieht aha die haut nämlich ganz schön ein ja was tut ihr da wenn du deine zunge ausfahren dann wuchtest du hinterher du brauchst bloß eine granaten hinlegen junge bloß eine granaten dann ist das weg was tut er denn ach ich muss halt alles selber regeln ach ich muss halt alles selber regeln wer für granate gewicht da mhm der ist ja so blöd und weiter gehts da oben ist eh gleich ein nest wo und maipen der orange da drückt wir uns auf die terminal immer noch so ein schmarrn da ist ja seltener prob dann fahr ich da rein hin dann ist der turm weg du hast dein loot angeben an das ist irre aber wenn man weiß wie die dinge ausschauen man weiß wie die dinge ausschauen ja na nicht hier rauf, ne, ich hab da kein 3 genau deswegen also ich glaub das ist kaputt eindeutig ob es sowas zum looten gibt? G4 schaut schon wegen Proben sehr gut, brav G4, das ist eine Frau das ist ordentlich oder ist nix schade links ist das Bargeldstechen oh wuh, die Panzerfaust hat oben rein hier äh, kannst du mal nachladen? scheiße, geht doch nicht allein wir haben ja einen rein wie geht das? ich hab keine Ahnung ich sehe nix, ich kann nix machen ok hm, bravdi wahrscheinlich so einen Rucksack so ein Munitionsrucksack gut, war ein einmaliger Schuss ist auch nicht schlecht ich glaub wir uns nicht ich glaub wir uns nicht vor der Unterstützung verfahren können wir sie da rein gut machen wir's oder so machen wir's oder so Forderer in Adlan was geht da drinnen ab? rechts großer Forderer in Adlan ich bin durch Forderer in Adlan eine Tracht Freiheit wenn wir das Drehort fähig die aber jetzt verlassen das Kampfgebiet für Nachschuk hat gepackt was Wann das? K3. Also, ich nehme jetzt dann doch einmal... Ja, BBRFG, der ist gar nicht schlecht, glaube ich. Ja, ist er ja nicht. Ja. Bei Bugs habe ich lieber die Stallwarte. Ja, das ist das. Für die kleinen Viecher. Links. Oh, das hält sich noch Rino an. Ja, Marino. In San Marino. Was für eine Verletzung! Welcher Idiot war denn das jetzt? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe den nicht dabei. Ich gehe am Terminal! Stauco, 2. 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. 1, 2, 3, 8, 9. Ist das gestanden? Ah, durch Zungen, oder? Ja. Entwickeln. Ah, der Scheißdrauter. Wird entwickelt. 1, 2, 3, 8, 10. 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 30, 31, 29, 29, 31, 30, 31, 32, 30, 31. Was ist das? Süden. Na Kim. 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 Das ist wahrscheinlich jetzt eine Todesfalle, weil jetzt glaube ich aber stürmender. Ich schaue nach oben, nimm du dich, gefällt jetzt. Ich werde auf du dir. Flammenwerfer, rückstoßfreies Gewehr. Jetzt haben wir da noch Flammenwerfer und die Materiegewehr. Das nehmen wir jetzt mal mit zum Testen. Noch 20 Minuten für die Mission. Das ist ja wie eine Spaziergang im Vergleich zu schwer. Ja. Bisschen. Ah, ich habe noch Schuppkarten. Oh, der ist die Evacuierung. Oh nein. Evakuierungsanfrage bestätigt. Shuttle im Anflug. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ok, Antimateriegewehr ist nicht panzerbrechend. Das war panzerbrechend, aber der lebt immer noch, aber jetzt ist seine Panzerung weg. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Jetzt ist Hüttenweg. Ja, Landezone haben wir jetzt geräumt. Hoffentlich zerreißt es nicht unseren Flieger. Nein, ich glaub den kann es gar nicht zerreißen. Mhm, da wo es brennt. Und 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 und? Aber ganz knapp, aber ganz knapp. Nichts wie einsteigen. Steige ein, Quikwakwu. Gutes Captain. Der ist Captain, da ist ja ein geile Titel. Ja. 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 Ja.